Trotz Veto-Drohung Donald Trump hat ein Haushaltsgesetz unterschrieben, das die Finanzierung der US-Regierung bis September sichert. Zuvor drohte er, nicht zu unterschreiben. Trotz seiner Androhung eines Vetos hat US-Präsident Donald Trump ein vom Kongress verabschiedetes Haushaltsgesetz über 1,3 Billionen US-Dollar doch unterzeichnet. Das sagte Trump am Freitag in Washington. Er kritisierte das Gesetz aber bei einem Auftritt im Weißen Haus scharf. Es sei so umfangreich, niemand könne das komplett lesen. Die Republikaner hätten zu viele Zugeständnisse an die Demokraten gemacht, bemängelte er. Trump hatte zuvor am Freitagmorgen auf Twitter geschrieben, er erwäge ein Veto gegen das Gesetz, weil es keine Lösung für das Dakar-Programm und keine Gelder für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko vorsieht. Ihr am Concentring a Veto of the Omnibus Spending Will based on the fact that the 800,000 plus Dakar recipients have been totally abandoned by the Democrats, not even mentioned in Bill, antebo derweil, which is desperately needed for our national defense, is not fully funded. Nach dem Repräsentantenhaus hatte in der Nacht zu Freitag auch der Senat den Gesetzentwurf verabschiedet. Hätte Trump sein Veto dagegen eingelegt, hätte in der Nacht zu Samstag ein Shutdown der Regierung gedroht, also ein Stillstand der Regierungsgeschäfte wegen Geldmangels. Das Gesetz sieht zwar Gelder für den Grenzschutz vor, allerdings umfasst es nur Mittel für Erhaltung und Reparaturen sowie für Drohnen, Zäune und Planungen. Gelder für den von Trump gewünschten Neubau einer Mauer sind darin nicht enthalten. Das Dakar-Programm bietet Einwanderern, die sich illegal in den USA aufhalten, für zwei Jahre Schutz vor einer Abschiebung. Sie bekommen eine Sozialversicherungsnummer und dürfen arbeiten. Trump hatte das Programm im vergangenen September beendet und dem Kongress bis zum 5. März Zeit gegeben, eine neue Regelung zu finden. Mehrere Anläufe im Kongress scheiterten aber. Das lag auch daran, dass Trump keine Kompromissbereitschaft gezeigt hatte. Er knüpfte eine Lösung für Dakar an Bedingungen. Zwar erklärte er sich dazu bereit, dass 1,8 Millionen illegale Einwanderer die Chance auf eine Einbürgerung bekommen sollen. Er forderte aber im Gegenzug 25 Milliarden US-Dollar für die Mauer an der Grenze zu Mexiko, eine Begrenzung des Familiennachzüges für Einwanderer sowie ein Ende der sogenannten Green Card Lottery, die Menschen aus verschiedenen Ländern eine Chance auf eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis in den USA gibt. Auf die letzten beiden Punkte wollten sich die Demokraten, aber auch einige Republikaner nicht einlassen.